Gelegenheit macht Diebe oder eben auch Uhrenkäufe. Und das ist der Grund, wie ich an die Mühle Panova Grau gekommen bin. Es gab im privaten Umfeld einen Anlass etwas zu feiern, einen komplizierten Abschnitt abzuhaken, verbunden mit einer kleinen Geldspritze und einem deutlich günstigeren Angebot als der Liste oder auch der übliche Straßenpreis. So kam ich zu der Mühle Panova in Grau. Eine Uhr, von der ich damals im Review, glaube ich, gesagt habe, aber das könnt ihr am Ende des Videos nachlesen, da verlinke ich euch das. Eine Uhr, die alles kann. Eine Uhr, die man als einzige Uhr tragen könnte. Eine Uhr, die, was mich fasziniert, ein ganz unterschiedliches Tag- und Nachtbild hat. Im Tagbild dominieren die Farbakzente, die orangefarbenen Indizes. Eine sehr farbenfrohe Uhr. Nachts wirkt die Uhr ganz anders und ist trotzdem sehr, sehr gut ablesbar. Ich habe ein Kautschubband dran gemacht, Hirsch pur, weil ich finde, dass diese Uhr die sportliche Note noch verstärkt. Das Band, was dran war, war nicht so ganz meins. Ich glaube, es war ein NATO-Band. Da bin ich nicht der Riesen-Monster-Mörder-Fan von und es war mir auch ein bisschen zu unruhig von der Farbgestaltung her. So finde ich die Uhr wirklich klasse. Eine schöne, schlichte, hoch funktionale Freizeituhr, die bei mir aber mangels Alleinstellungsmerkmal bzw. auch wegen der hohen Konkurrenz nicht so oft an den Arm kommt. Das wirkt der Uhr definitiv nicht gerecht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich sie eventuell verkaufen sollte, weil sie eben doch relativ viel in der Box liegt. Aber sie erinnert mich an einen abgeschlossenen Abschnitt, der privat, persönlich sehr unangenehm war. Und ab da ging es dann stark bergauf. Es ist für mich also ein Symbol, was nicht bedeutet, dass sie ewig bleibt. Wenn ein wirklich gutes Angebot kommt, trenne ich mich vielleicht trotzdem von der Uhr, aber ich werde den Verkauf nicht aktiv betreiben, nicht aktiv fördern. Denn im Grunde gefällt sie mir gut. Gut, ich habe an der Uhr nichts, aber auch wirklich gar nichts auszusetzen, außer dass sie darunter leidet, dass die Konkurrenz in meiner Box einfach zu groß ist. Jetzt habe ich so viel über die Uhr geredet, dass ich meine Bullover Oceanographer GMT gleich ausziehen werde und werde sie tatsächlich mal an den Arm packen, einfach weil ich glaube, dass sie es verdient hat. Ja, das war meine Uhr aus dem November 2022 mit meiner Langzeitbetrachtung. Tolle Uhr und subjektiv zu wenig Tragezeit.